Bei unserem Forschungsprojekt geht es um die Folgen von Covid-19 in der digitalen Transformation. Das heißt, wir schauen uns an, ob es während Covid zu einem Digitalisierungsschub in deutschen Betrieben gekommen ist. Um das herauszufinden, haben wir eine Betriebsbefragung durchgeführt, zusammen mit dem Leibniz-Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung, dem Institut zur Zukunft der Arbeit, gefördert vom Bundesarbeitsministerium und haben die Betriebe konkret gebeten, ihre Technologien einzuordnen in verschiedene Kategorien. Von neuesten digitalen Technologien, sogenannten 4.0-Technologien, zu 3.0-Technologien, zu älteren Technologien, getrennt nach beroend Kommunikationsmitteln auf der einen Seite und Produktionsmitteln auf der anderen Seite. 4.0-Technologien sind Technologien, die was mit der vierten industriellen Revolution zu tun haben, also künstliche Intelligenz, moderne Algorithmen, vernetzte Produktionsanlagen bis zu cyber-physischen Systemen. Mit dieser Befragung lässt sich tatsächlich herausfinden, ob es zu einem Digitalisierungsschub kam. Wir sehen, fast kein Betrieb hat in vernetzte Produktionsmittel investiert und ungefähr nur 10% aller Betriebe in neueste Büro- und Kommunikationsmittel. Das sind quasi Technologien, die es erleichtert haben oder erlaubt haben, dass die Beschäftigten im Homeoffice gut zusammenarbeiten. Also wieder Online-Plattformen, Clouds, um Daten auszutauschen, um gemeinsam an Dokumenten zu arbeiten. Das sind auch Technologien wie Webshop-Systeme mit automatisierter Buchungen oder auch Chatbots. Genau, und da sehen wir, es ist zu keinem Aufholeffekt gekommen. Also welche Betriebe haben investiert. Es waren vor allem größere Betriebe, es waren ältere Betriebe, es waren Dienstleistungsbetriebe und das ganz Wichtigste ist eigentlich, das waren Betriebe, die vorher schon Erfahrung mit diesen neuen Technologien hatten. Also das heißt, der digitale Graben zwischen den Vorreiterbetrieben und den Nachzüglerbetrieben, der ist tiefer geworden während der Pandemie. Ich glaube, warum das die Betriebe nicht aufgeholt haben, also die, die vorher schon nicht investiert hatten, dass die nicht, ja, die Chance genutzt haben, das hatte auch mit der Pandemie direkt zu tun. Das heißt, die waren in einer wirtschaftlichen unsicheren Lage. Viele Betriebe hatten auch mit Umsatzeinbußen zu kämpfen. Das heißt, die Investitionshürden in dieser Zeit waren möglicherweise einfach zu hoch. Aus der ersten Welle dieser Betriebsbefragung wissen wir allerdings auch schon, dass Betriebe oft die Chancen nicht erkennen, die mit diesen neuen digitalen Technologien einhergehen. Also das heißt, dass man neue Geschäftsmodelle entwickeln kann, dass man andere Waren und Dienstleistungen anbieten kann, dass man auch Geschäftsprozesse innerhalb des Betriebs kostengünstiger und effizienter gestalten kann. Solche Chancen werden oft nicht erkannt von diesen Betrieben. Die Gefahr bei einer zunehmenden Heterogenität in der Technologienutzung liegt zum einen darin, dass Betriebe abgehängt werden. Also das kann sein, dass Betriebe einfach an Marktanteilen verlieren, wenn sie nicht investieren gegenüber denjenigen Betrieben, die investieren in diese neuen digitalen Technologien. Gravierender finde ich, dass die Beschäftigten in diesen Betrieben darunter leiden. Aus meiner Forschung weiß ich, die Lohnentwicklung ist geringer bei Beschäftigten in Nachzüglerbetrieben als in Vorreiterbetrieben und Fähigkeiten, Fertigkeiten, Kenntnisse können einfach schneller veralten, wenn ich mit diesen neuen digitalen Technologien nicht in Berührung komme. Zusammengenommen ist es, wenn Betriebe schließen müssen oder Leute entlasten müssen, weil sie abgehängt werden und die Beschäftigten stehen mit veraltenden Fähigkeiten da, ist das problematisch. Die Politik könnte zumindest bei drei Sachen helfen. Punkt eins ist das Informationsdefizit bei den Betrieben zu vermindern, einfach die Chancen dieser Digitalisierung der neuen Technologien aufzuzeigen. Punkt zwei ist die Beschäftigten zu sensibilisieren, tatsächlich, dass ihre Fähigkeiten verhalten können, ihre Kenntnisse, dass sie up to date bleiben sollten. Und der dritte Punkt ist konkret mitzuhelfen in Weiterbildungsprogrammen, die passgenau geschnitten sind auf die Bedürfnisse der Beschäftigten. Bis zum nächsten Mal.